Hallo ihr Lieben, Christian Schammeier, Patherapeut, Diplom-Psychologe und so weiter und so weiter. Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Ja, vielen Dank, dass du wieder zuschaufst, machen heute eine coole Mail mal wieder, ich mache das heute mal ein bisschen ausführlicher, weil auch einige neue Abonnenten da sind, findest meine Arbeit auf liebeschip.de, noch ein kurzer Hinweis an die, die auf meiner Dating-Plattform waren, Soulmatching, beziehungsweise bei dieser Beta-Version, ja, das wird nicht so weiter gehen, da gibt es unüberbrückbare Differenzen, müsst euch da um nichts kümmern, kriegt dann noch eine Mail und ich packe mir unten drunter noch so einen Link, weil ich möchte direkt für die Liebeschippler so eine ganz einfache Art anbieten, wie sie sich kennenlernen können. Folgt ihr einfach dem Link unten, diebestimm.de-dating und dann, ja, sehen wir mal weiter. So, Meldschreiberin kenne ich und nennen wir sie mal Karutschka und schon länger dabei. Lieber Christian, nach einigen Monaten Pause bin ich nun doch wieder auf deiner Seite gelandet und habe mir eine neue Ladung Selbstliebe-Challenges und Videos gebucht, denn das ist es, was ich vermutlich gerade am meisten brauche. Ja, ich habe ja so sechs Hauptkurse, also meine Signature-Kurse, wie man das heute so sagt, ist halt mein Liebeskummer-Kurs und mein Kurs Umprogrammierungs-Liebeschips, ja, wenn du sozusagen immer wieder die falschen Menschen datest und dann geht es weiter mit Selbstliebe, Bindungsangst und so weiter. Genau, und da gibt es, im nächsten Monat gibt es die Advanced Challenge. Könnt ihr euch auch noch zu anmelden. Ich weiß, dass du momentan schwer beschäftigt bist, aber vielleicht findet meine Anfrage ja ihren Weg. Offensichtlich gut manifestiert. Würde mir wirklich viel bedeuten. Was ist passiert? Du kennst meine Geschichte ja schon ein bisschen. Ich habe mich vor circa drei Jahren mit deinen Kursen aus einem toxischen Liebeskummer gekämpft. Das wäre Modul 0. Dann mein Liebeschip umprogrammiert, Modul 1 und 2. Und habe dann ein Jahr später einen scheinbar normalen, liebenswerten Mann über die Arbeit kennengelernt, mit dem ich eine Beziehung eingegangen bin. Es war eine ganz andere Beziehung wie zu meinem Tox-Ex. Wir waren auf Augenhöre, haben uns viel Zeit zum Kennenlernen gelassen. Er war liebevoll, verlässlich, ein Mann der alten Schule. Ja, Männer der alten Schule haben, denen steht der Datingmarkt offen. Die neuen Männer haben das ja gar nicht mehr so drauf. Und ja, was zu sagen ist, dass er von Anfang an, gab es eine Komplikation. Er lebte gerade in Scheidung, war bereits seit Jahren von seiner Ex-Frau getrennt, teilt sich aber das Sorgerecht für seine gemeinsame Tochter. Er hat von Anfang an gesagt, dass ihm seine Beziehung mit seiner Tochter über alles geht, diese viel Zeit einnimmt. Und er seiner Ex auch noch nicht von uns erzählen möchte, solange die Scheidung und so weiter nicht durch ist. Gut, die Ex ist ja jetzt, ich meine, er muss seiner Ex nicht davon erzählen, dass er eine neue Freundin hat. Die Frage ist ja, wie bindet er jetzt seine Tochter mit ein? Denn das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn Leute aus einer Scheidung kommen. Also, könnt ihr dann offen in eine neue Beziehung eingehen und die Tochter kann nicht kennenlernen? Oder, ja, hält er da noch zurück? Aus, ja, technischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Das wäre dann so die Frage. Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen, weil ich habe jetzt nur gehört, dass er seiner Ex nicht sagt, weil wenn er es seiner Tochter auch nicht sagen will, dass er eine neue Freundin hat, dann haben wir natürlich schon, ich husten, wir haben ein Problem. Sorry. Nach einem Dreivierteljahr Beziehung, es lief sehr gut, er war verbindlich, ich habe Freunde und Familie, bis er auf die Ex kennengelernt, habe ich mich entschieden, einen Job im Ausland anzunehmen, um mit ihm eine gemeinsame Zukunft planen zu können. Gut, offensichtlich lebt er im Ausland. Ich glaube, du lebst in Tokio. Spaß, natürlich nicht Tokio, aber habe ich jetzt mal eine andere Stadt genommen. Bis hierhin war ich alles soweit. Okay, wobei ich vermute mal, dass es da doch noch mehr gibt. Aber lesen wir mal weiter. Die Entscheidung habe ich zu einem großen Teil wegen ihm angenommen, aber auch wegen der Jobperspektive und dem Arbeiten im Ausland, was mich sehr gereizt hat. Ja gut, die Stadt, in die du gezogen wirst, ist ja auch extrem interessant. Also keine schlechte Idee, finde ich persönlich. Also von daher, ja, kann man machen, man muss ja auch mal was wagen und warum nicht, ne? Ist doch eine geile Idee. Gegen Ende letzten Jahres wurde es offensichtlich, dass mein Ex mit vielen Dingen immer mehr überlastet schien. Corona-Lockdown, Job, Verantwortung für seine kranke Mutter, Tochter etc. Er war öfters gereizt, hatte Schlafprobleme, trank nach der Arbeit immer ein paar Gläser zum Runterkommen. Namen beim Weggehen oder zum Spannen vom Zeit-zu-Zeit, Quoks. Oh, jetzt geht es natürlich gleich los. Dann wieder Schlafprobleme dadurch. Gereizt hat manche Maschine auch wirklich in ein depressives Loch zu fallen. Ja, also hier haben wir natürlich, ich habe ja immer das Konzept so von Standards und Dealbreakern. Hier haben wir natürlich, ja, muss jeder für sich definieren. Also für mich wäre das definitiv Dealbreaker. Also allein schon zu viel trinken. Also das ist ein Thema, was mich zum Beispiel komplett antriggert. Geht gar nicht für mich. Hängt so ein bisschen mit meiner Historie zusammen. Also wenn jemand zu viel trinkt, da bin ich komplett raus. Und gut, über harte Drogen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Also nicht, dass sie nicht eine Beziehung verdient haben. Aber ich möchte euch, liebe Schippler, da nicht drin haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern lieber, wie die auch bei SLAA, Sex and Love, Redaktion 9, müssen wir mal sagen. Ja, ganz normale, sichere Beziehung. Und also, ja, natürlich muss man auch nicht unbedingt in einer ruhigen, sicheren Beziehung sein. Aber es ist eigentlich das Beste, um zu heilen. Und ja, gut, jetzt haben wir hier Monate, wo es gut gelaufen ist. Und man muss auch Menschen daten, um sie kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob sich das vorher schon abgezeichnet hat. Das kann man manchmal in der frühen Datingphase schon sehen, dass man denkt, Mensch, muss das jetzt sein? So viel Wein auf dem Date. Aber gut. Interessant ist, dass er mich immer mal wieder gefragt hat, ob ich das ernst mit ihm meine, da er nicht noch einmal enttäuscht werden möchte im Leben. Okay, ich kenne jetzt da ein paar noch nicht. Aber wenn er, also wenn ich so eine Frage kriegen würde, würde ich immer denken, ist das jetzt eine Projektion? Und dann würde ich immer denken, will er mir jetzt sagen, dass er sich nicht sicher ist über die Beziehung, weil, also ich, wie gesagt, ich kenne dich ja so ein bisschen aus der Ferne. Ich glaube jetzt nicht, dass du dir sowas ausstrahlst, was so Unsicherheit angeht. Also da würden bei mir schon die Nackenhaare zum Berger stehen, definitiv. Als er mich immer mehr aus, äh, aus seiner Familienorgue ausgeschlossen hat, okay, jetzt, 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 türmen sich natürlich wieder die Red Flags, ähm, ist die Situation eskaliert, sodass wir nach gut einem Jahr Beziehung erst unsere richtigen, unseren ersten richtigen Streit haben, indem ich meine Grenzen abgesteckt habe. Ja, das solltet ihr auch lernen bei mir. Und das ist auch so ein Prozess. Jetzt kann man sich vielleicht denken, warum dauert das ein Jahr? Aber erstmal, manche Sachen tauchen erst später auf. Es gibt ja so diese berühmte 200-Tage-Grenze in Beziehungen. Das sind so sieben, acht Monate. Also da hat man eigentlich erst so alle Informationen. Und, ähm, und dann ist es eben auch ein Lernprozess, klar. Ähm, so, wenn man diese Kurse macht, dann hat man erstmal so ein, denkt man so, ah, ist total klar, jetzt weiß ich, was ich machen muss und so. Und dann braucht man aber doch immer noch so Übungen, das einzuüben. Und das ist wirklich schwer, dass so nach, ähm, direkt nach einer, nachdem man vielleicht sein Leben lang topzische Beziehungen hatte, dann, klar, man hat dann das Wissen. Äh, aber trotzdem, ja, gerade dann immer wieder, dass man dann doch jemanden gut findet oder doch nicht so streng sein will. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das bessert sich dann unter Umständen über die Zeit, aber nicht gleich direkt beim nächsten Partner, sondern hat man, also das ist ja offensichtlich jetzt, höre ich jetzt auch aus, es ist nicht so, obwohl es auch chaotisch ist, nicht so chaotisch wie mit dem davor. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Fortschritte. Aber jetzt heißt es eigentlich, all die Sachen, die du ja auch lernst, bei mir noch viel strenger und rigoroser einzusetzen. Und das ist ein Prozess. Also, ich musste das auch lernen, immer noch strenger, noch strenger, noch strenger. Und das will das Universum, glaube ich, von uns plus Polen. Und, ähm, und das heißt nochmal wieder, Sterners und Dealbreaker überarbeiten und viel strenger sein. Aber immerhin hast du es ja jetzt angesprochen. Und, ähm, wenn die Beziehung dann nicht stabil ist und man sagt einfach so, das geht nicht für mich oder letzten Endes auch der Partner nicht genug verliebt ist und alles, dann fällt sie halt dann auseinander. Aber das ist, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Beziehungen auseinanderfallen, die sowieso nicht funktionieren langfristig, ne? Und dass man sich einfach nicht so festhängt, ne? Äh, so, ich habe meine Grenzen abgesteckt und meine Rolle in dem Ganzen hinterfragt. Mit dem Resultat, dass er mich erst mal für Wochen geghostet hat. Okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich meine, ich habe da auch meine Zeit für gebraucht. Äh, du hast ja ein ganz, es war ein Streit. Und, du hast deine Meinung gesagt. Und wenn einen dann jemand ghostet, ich würde einfach kommentarlos die Nummer löschen und würde denken, echt, sorry, brauche ich nicht. Äh, mache das mit jemand anders. Aber habe ich keine Zeit für, würde einfach Nummer löschen. Äh, zurück auf den Datingmarkt, fertig. Ich würde da, ich würde da überhaupt keine Energie mehr reingeben. Klar, man muss das dann emotional verarbeiten. Aber da, also bin ich, habe ich jetzt heute noch, ich meine, ich habe auch nicht nur ein Jahr mir gearbeitet, jetzt sage ich mal, ich habe ja, nutze ja das gleiche Material quasi. Ähm, und, aber heute, wenn mir einer blöd kommt, ist sofort raus bei mir, ne? Und ich versuche dann auch nicht wütend zu werden oder so, sondern, äh, raus. Keinen Bock mehr, äh, mache ich nicht. Ist nicht meine, nicht meine Schwiergungsebene, will ich nicht haben. Und gut, letzten Endes heißt es ja auch, man hat noch irgendwas aufzuräumen, sonst hätte man so einen Partner jetzt nicht gekriegt jetzt. Aber ist ja auch okay, dann arbeitest du das jetzt eben noch ab, ne? Was dann folgten, waren Wochen, Monate der Ungewissheit? Sind wir noch ein paar? Ja, also das, da muss ich wirklich sagen, hättest du, scheinbar so ein Dealbreaker-Modul 1 einfach viel rigoroser umsetzen. Alles klar, mich ghostet jemand. Ciao, Tschüssi Kowski. Brauche ich nicht. Da sind wir wieder bei Trennungskompetenz. Da sind wir wieder bei, ähm, ja, sich wirklich unabhängig machen von Beziehungen. Schon Beziehungen wollen, aber sich wirklich unabhängig machen dafür. Sagen, äh, ja, dann habe ich eben keine Beziehung, jetzt ist mir doch scheißegal, ich habe hier ein nice, geiles Leben, interessiert mich nicht. Und weil dann kommen andere Partner. In dem Moment, wo du dieses Konzept komplett loslässt und sagst, ja, ich hätte gerne eine Beziehung, aber ich bin nicht mehr bereit, mich auf so einen Irrsinn anzulassen. Nicht mehr mit mir. Spielt diese toxische Spiele alleine. Oder wie man es nennen soll. Äh, ja, dann bewegt sich auch nachhaltig was, ne? Äh, so, was, vermutlich sagst du jetzt, ich hätte ja schon meine Sachen Bock packen und entscheiden sollen, von meiner Seite alles zu beenden. Ja, klatschig auf dem Balkon. Sehr gut. Aber das sagt sich so leicht, äh, nach einem Jahr Beziehungen, wenn bis dahin alles gut war, man den anderen liebt, seinen Lebensmittelpunkt gerade komplett verlagert hat und einen anderen großen Stadtsitz. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es leicht ist, nur ich wollte mal so grundsätzliche Sachen sagen. Das ist genau mein Konzept von Standards und Dealbreakern. Wir reden ja nicht über Standards, was so Beziehungsziele sind, sondern über Dealbreaker. Und er hat einen Dealbreaker gemacht, in dem er dich ghostet. Und dann ist es völlig egal, wie sehr du ihn liebst. Es ist egal, ob du in Timbuktu sitzt. Es ist egal, äh, wie lange er in der Beziehung war. Er hat einen Dealbreaker gemacht. Hasta la vista. Ne, das ist auch genau, was ich empfehlen würde, wie haben sich ja viele verfolgt jetzt, was da im Sommerhaus gewesen ist, wenn man da, ja, wenn es da Grenzübertritte gibt und, und, äh, verbale Gewalt und, äh, ja, weil den ganzen Tag kontrolliert werden. Da muss man nicht überlegen, sind wir jetzt verheiratet, sind wir, wie lange sind wir zusammen? Es ist einfach, äh, nicht akzeptabel. Und dann ist man raus. Ne? Äh, ja, ich habe mich trotz allem ganz gut gehalten. Da hat mir auch meine, das hat mir auch meine Therapeutin bescheinigt, bei der ich nach der Trennung von meinem Tox-Ex eine Therapie gemacht habe. Irgendwann ist es mir dann zu viel geworden und ich bin zu meinem Ex gefahren und habe eine Erklärung eingefordert. Ja, ist jetzt nicht per se falsch. Ich hätte es nur direkt nach zwei Tagen gemacht. Also, ich würde dann wirklich denken, ey, was, du ghostest mich jetzt, ey? Aber, glaube ich, hätte es sogar gar nicht gemeint. Ich glaube, ich würde heute sowas nicht mehr machen. Weil ich habe inzwischen gelernt, und das sage ich jetzt als Psychologe, dass viele Gespräche einfach nichts bringen. Das bringt nichts. Man weiß genau, das komplettes Unverständnis ist auf der Seite, dass sie das ganz anders sehen. Und da muss man den Leuten das auch lassen. Da muss ich sagen, ja, habt ihr eure scheiß Meinung? Ist mir egal. Okay, aber wenn man das schon weiß und das spürt im Bauch, da kann man sich das auch schenken. Da kann man einfach sagen, sorry, ich gebe dir nicht mehr wirklich Aufmerksamkeit. Ich bin doch im Gespräch mit dir suchen zu wollen. Und, naja. Er war damit komplett überfordert. Man sah ihm sein schlechtes Gewissen die ganze Zeit an. Ja, da kannst du dir auch nichts verkaufen. Und die ganze Zeit seine Erklärung war aber, ich kann gerade keine Beziehung haben. Merke, dass ich nicht allen Leuten gerecht werden kann, die etwas von mir wollen. Ja, das sind jetzt diese Larifari-Aussagen. Musstest du das nochmal hören? Ist das für irgendwas wichtig? Übersetzt heißt es einfach, ja, sorry, ich stehe einfach nicht mehr auf dich so richtig. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Äh, vielleicht, weil er ist auch noch nicht so richtig frei nach seiner Scheidung. Das Ghosting hätte er gemacht, weil er für sich austesten wollte, ob er mich vermisst. Das ist furchtbar. Oh, also es wird echt immer schlimmer. Es ist schon sehr unempathisch. Was für eine crazy fucking crazy Idee. Sorry. Da hätte er das ja auch vielleicht mal mitteilen können. Ja, hallo, ich melde mich jetzt mal sechs Wochen nicht. Ich mache es übrigens deswegen. Nur, dass du nur Bescheid weißt. Das wäre ja dann nur fair gewesen. Aber, sorry, das ist, also ich will mir so einen Scheiß auch nicht mehr anhören. Deswegen versuche ich, ums Verrecken, solche Gespräche nicht mehr zu führen. Weil ich so einen Scheiß einfach nicht mehr hören will. Echt, das ist totaler fucking Bullshit. Kriegt mich richtig auf. Wenn er mich mehr, also vermisst. Und, aber das wäre scheinbar nicht der Fall. Deswegen könnte es wohl auch keine Liebe mehr sein. Deshalb möchte ich da lieber allein sein. Ja, nett, dass er dir das nicht mitgeteilt hat. Super. Ich glaube, er wollte auch gerne, vielleicht hat er dich einfach nur geghostet, weil er diesen Konflikt, dieses Trennungsgespräches aus dem Weg gehen wollte. Und es gibt zwei Sachen. Entweder er hat gemerkt, dass er deine Standards einfach hat, die du vielleicht doch, vielleicht dann kommuniziert hast zwischendurch, dass er einfach merkt, er kann die nicht erfüllen. So, er weiß ich nicht, er will, was er sich aufgrund dieses Scheidungskonfliktes vielleicht einfach nicht so offiziell eine Freundin haben. Und du hast mir das aber klar gesagt, dass er einfach merkt, er kann das nicht und dann geht er quasi raus, was richtig wäre auch dann. Ich meine, er macht das jetzt nicht sehr geschickt. Aber letzten Endes hast du das bekommen, was du eigentlich bekommen solltest, dass er letztlich nicht zu dir passt. Oder er hat eine neue. Weil die wenigsten Männer haben die Eier, aus einer Beziehung rauszugehen, wenn da nicht irgendwie zumindest irgendeine Möglichkeit ist, sag ich mal. Muss ja noch nicht. Aber es könnte auch wirklich, in diesem Fall könnte es aber auch mit der Scheidung zusammenhängen, dass er einfach keinen Stress will, vielleicht sogar ein bisschen co-abhängig durch die Gegend rennt. Und das sind ja nicht immer Narzissten nur, die sich komisch benehmen, sondern es könnte auch sein, dass er einfach so ein bisschen zu co-abhängig ist, keinen Stress machen will in der Scheidung und dann fliegst du so über Bord, sozusagen. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht so viel Wut und Frust reingeben. Ich meine, vielleicht muss ja nicht sein, dass er dich jetzt direkt belogen hat. Vielleicht hat das auch alles noch gestimmt für ihn vor ein paar Monaten. Und ja. So. Das war vor sechs Monaten, seitdem bin ich durch alle möglichen emotionalen Phasen gegangen. Null Kontakt. Dann habe ich aus Einsamkeit den Kontakt wieder gesucht. Das hast du aber nicht bei mir gelernt. Null Kontakt wird durchgezogen. Was machst du für dich? Wir sehen uns regelmäßig bei der Arbeit. Ja, okay. Das ist natürlich eigentlich der schwerte Bedingung. Dann wird man natürlich immer wieder angetriggert. Aber es geht auch. Dann guck dir nochmal dieses Greyrock-Video an. Aber wieder den Kontakt suchen ist nicht zielführend. Er hat deine Deerraker gebrochen und damit ist er quasi tot für dich. Die Härte musst du entwickeln. Er hat beteuert, dass er ein gutes Verhältnis behalten möchte. Freunde bleiben. Und Freunde ghostet man oder was? Ja. Und sagt nicht, was man wirklich denkt. Das ist null freundschaftlich. So ein Blödsinn. Also wenn ich höre Freunde, dann ich lese dann eigentlich immer, ich würde dich ganz gerne ab und zu mal durchnehmen. Und ansonsten, ja, aber nur, wenn ich gerade Lust habe und ansonsten komme ich nicht mit irgendwelchen Commitments oder so. Aber ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber wenn ich dann mal wirklich um Hilfe gebeten habe, musste neue Wohnungen suchen, Visa-Probleme, konnte ich nie wirklich auf ihn zählen. Ja, ihr seid kein Freund. Es ist einfach kein Freund. Aber ich kann verstehen, dass du das, also es ist jetzt überhaupt keine Kritik. Du bist im Ausland, musst gucken, wie du klarkommst und ja, dann greift man nach jedem Strohhalm. Ist wie es ist. Ab und zu kamen auch Booty Calls. Ah, da sind wir ja schon und Sextick von ihm. Alter, Verwaltung. Das ist wirklich wie nach diesem geheimen Drehbuch, das ist jetzt läuft, sind wir voll auf Spur wieder, so mit Dreiecken und Booty Calls und das ganze Müll, ey. Je nach Laune meiner emotionalen Stärke habe ich mich darauf eingelassen. Ja, das ist nicht, was du bei mir gelernt hast. Das weiß ich. Zieh es durch, kommen wir jetzt zurück auf die Spur, finde wieder deine innere Stärke. Genau, da sind auch Flapsy-Bewer-Challenge eine super Sache jetzt oder Wohlfühl-Challenge geht ja auch los oder Ex-Detox geht auch los nächsten Monat. Und dann ja, munter putzen, weitermachen, aber dann nicht, lass dich nicht weiter ein auf jeden, wirklich, dafür bist du ja zu schade. Je nach Lust und Laune habe ich mich darauf eingelassen beziehungsweise ignoriert. Jetzt wirst du mir vermutlich gleich den Kopf abreißen und ich nach deinen fucking Standards fragen. Wo sind deine fucking Standards? Ja, das Resultat, selbst ein halbes Jahr nach der Trennung geht es mir richtig mies. Ja, weil du noch im Kontakt bist. Das hört das auf, wenn du was willst. Komischerweise schlimmer als während der Phase des Ghostings oder dem eigentlichen Trainingsgespräch. Vermutlich bestand da immer noch irgendwie Hoffnung und jetzt, wo ich merke, das ist ja auch sein Versprechen einer Freundschaft, das hättest du alle sparen können, aber man muss halt diese Schritte machen. Also in Zukunft spaß dir den Scheiß. Jemand bricht deine Dealbreaker vorbei, dann ist er auch nicht mehr als Freund, dann ist er eine Null in deinem Leben, eine absolute Null, nicht mehr mehr so wichtig, dass du dich darüber aufregst. Dann ist es aus, hat seine Chance gehabt, fertig. Vermutlich bestand, das hatte ich schon, so, zieht mich runter, fühle mich alleingelassen und mich überfordert und allem, ja, man tut mir echt leid, verstehe es total, also jetzt verstehe jetzt meinen Kopf wahrscheinlich auch nicht als, so will ich einfach noch ein bisschen auf die richtige Spur bringen, aber ich habe absolutes Verständnis, dass es eine total scheiß Situation ist, aber ich bewundere dich für deinen Mut, dass du es trotzdem machst, also zieht das Positive raus und wer weiß, wofür es gut ist, dass du in diese Stadt gekommen bist, manchmal hat er alles im Plan irgendwie, wer weiß, dass da noch Gutes bei rauskommt, ich finde die Stadt richtig cool und ja, finde es mega, also würde ich auch sofort, weiß nicht, wie meine Freundin da jetzt hinwollen würde, wäre ich sofort dabei, hundertprozentig, beziehungsweise ja, wenn die Rahmenbedingungen da wären, dass man sowas machen könnte, mega, 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 zweifle die ganze Entscheidung an, ob es richtig war, ins Ausland zu gehen, ja, wie schon gesagt, also, du kannst ja eh deine Glaubenssätze auswählen, jetzt kannst du dir sagen, es ist ganz schlimm und, wie konnte ich nur, aber wie gesagt, du wohnst ja jetzt nicht in einem kleinen Caf irgendwie 600 Kilometer westlich von Buenos Aires oder so, ähm, sondern, ja, du bist in einer, in einer Weltstadt, die total cool ist und, äh, ich würde wirklich denken, hey, was mache ich jetzt draus, natürlich bist du da nicht angenagelt, wenn du wieder zurückkommen willst nach Deutschland, dann machst du es halt, aber da würde ich mir ein bisschen Zeit geben, würde denken, ja, vielleicht war es nur die Funktion gehabt, mich nach Tokio zu holen und that's it und du lernst jetzt direkt danach supergeilen Typen kennen, den hättest du aber nur in Tokio kennenlernen können, ja, so würde ich das mal sehen, äh, obwohl ich den Job und meine ganzen Kollegen dort wirklich liebe, ja, muss man aber gar nicht drüber reden, äh, ich habe mich bei verschiedenen Aktivitäten und Netzwerken eingeschrieben, versuche neue Kontakte aufzubauen, macht immer mal diesen Meditationskurs mit, also meditieren, geht ja auch wieder los im Dezember, äh, online, richtig cool, das wäre auch nicht gut, aber ist doch klar, bestimmt richtig, wie du was machst, äh, gerade vor den trüben Wintermonaten, geh du erstmal auf Nullkontakt und dann wird sich alles schon richten, ganz bestimmt, sonst, äh, das ist ein Schrecken ohne Ende, was du da machst, ne, trotzdem vermisse ich meinen Ex so sehr, ja, weil du noch in Kontakt bist, weißt du auch, äh, mit dem ich auch alle schönen Erfahrungen hier in London verbinde, was redest du mir, ja, Nullkontakt, Greyrock auf der Arbeit, ähm, wenn du das jetzt nicht weißt, was das ist, schreib mir nochmal, äh, neue Aktivitäten, jetzt nochmal drei Monate durch den Tal gehen und Weihnachten und schon mal manifestieren, dass du, äh, im richtigen Winter schon jemand Neues kennengelernt hast, ne, meinetwegen, geh auf eine Dating-App oder so, äh, weiß ich nicht, äh, und, obwohl das ist, ja, Gott, wissen wir, erst was schwierig ist, aber, ja, mach diese Aktivitäten, geh mit Arbeitskollegen aus, ähm, und, das wird schon und dann schreibst du nochmal in drei Monaten. Äh, hab eine Riesenangst, ach, hab Angst, einen Riesenfehler gemacht zu haben, nein, nein, also, außerdem steht, das ganze Scheißleben besteht aus Fehlern, ey, also, wenn ich alle meine Fehler, die ich gemacht habe, in meinem Leben, aufstapeln würde, ey, äh, äh, aber ich kenne diesen Frust, dass man denkt, warum hab ich diesen Scheiß gemacht, warum, aber, aus vielem, also, ich, da ist ja wirklich so was Gescheites bei rausgekommen, cooler Job, coole Stadt und darauf will ich mich fokussieren, nice, geiles Leben, ähm, hoffentlich kommt hier nicht doch ein Lockdown und frage mich, wie ich meinem Exoter begegnen soll, vielen Dank im Voraus, ja, gut, ich denke, ich wäre schon ewig lang hier, vielleicht habt ihr auch noch Lust, bei mir in die Ausbildung zu kommen, die geht ja nächsten Monat los, äh, findet ihr alles auf Liebe Chip und wir werden uns bald wieder sehen. Bis zum nächsten Mal.